werden dir auch immer die ohren gesprengt bevor du das drückst die beliebige taste bei dir ist das gar nicht runtergestellte sound wie meinst du es ah no need for miracles no need for miracles warte ich muss das jetzt hören die ist voll streng wo waren wir die spinnen du musst sehen oder ich muss sehen ich muss sehen wir schaffen die jetzt einfach first try ja ich muss jetzt am wochenende mal unbedingt die achievements in dark souls seien suchen ja wir müssen es zu ende bringen das habe ich schon gesagt ob es eine idee ist für den level unendlich in dark souls 3 also dafür nur magie verwenden war ja unsere idee ja ob man noch rein machen sollte ich weiß nicht ob man nur geparrierte gegner reposten noch darf oder ob das überhangen na ich glaube parrying wäre gemein meinst du? ja ok weil das so gut ist ja warte auf zum beispiel bosse habe ich nie mit parrying gemacht groß wir haben dings damals mit parrying gemacht du hast dings mit parrying gemacht warte welcher der endforce win den haben wir geparriert den haben wir jetzt zu Tode geparriert haben wir gleich zu Tode geparriert wie krass ist das denn da hätte ich gerne ein video von gehabt dann haben wir ja den den haben wir ja richtig nass also richtig den haben wir ja ekl würdelos eklig ich habe gelegt vor allem weil weil wir den da zum ersten mal gemacht haben also ich weiß nicht ob wir den nur geparriert haben aber wir haben auf jeden Fall geparriert und es hat funktioniert wenn ich mich recht erinnere hattest du dich da in so einem in so einem fels am stumpf irgendwie fest festgefahren um dich zu verstecken das wollte ich nicht mehr geh du kleines baby let's go nicht zugucken mal du das ist nichts für dich die ist noch gar nicht alt genug dafür echt so oh fucker fucker ah ah nö was hast du eine fucker geholt ah hier auf dem weg ist eine ah stimmt nur nicht für spiders 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 holst du ich hol ich wäre eigentlich schön ist echt echt karsig hier durch warte war der jetzt tot oder war der jetzt nicht tot er sah irgendwie tot aus aber hat noch zurück gehauen hm no need for spiders no no we got plenty we got plenty we got plenty oh gott so much hätte ich gern wenn ich in so einer spinnenhöhle wäre eigentlich müssen wir nur den Boden anzünden das wird doch brennen wie zünden ja genau geh direkt rein nicht vergessen beim blazer auf die rechte seite rennen ja entschuldigung meine seh ok ich kann mal das deal oder ist es einfach oh was ist das ah egg dead oh i require to heal aus raster 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 Ich muss näher ran. Ah, die hat auf dich Akku. Ich kann nicht dodgen mehr. Merks. Triff die Bombe nicht. Achtung. Laser. Zerstell den Kopf. Oder den Arsch. Ja dann. Ja. Echt. Ah. Der ist. Ghost. Ah, ich habe den Kopf. Ah. Er ist weg. Wow. Achtung. Ja. Nimm das. Hast du das Bein getroffen? Ja. Laser. Der Kopf ist echt ab? Weiß ich nicht. Der Kopf ist ab. Da liegt er. Achtung. Ich habe den Bauch getroffen, das hält mich. Oh Gott. Ich schaffe nie das Ding zu dodgen. Oh oh. Laser. Laser. Kannst du nicht mehr heilen? Ah ok. Einmal Seelings. Jetzt höre ich nicht das Bein. Oh man ey. Ich werde dieses Ding niemals dodgen. Das ist gar nicht so einfach. Laser. Oh nein 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 nein. Nein 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 nein. Mit der Bombe den kack Kopf zu treffen. Da sagst du was. Ekel. Check that. Oh oh. Laser. Mein Gott. Ha. Jetzt treff ich den Kopf aber. Hier von der Seite. Bam. Boah. Wie wahrscheinlich es ist, dass man gerade in dem Moment auch. Wow. Der Puppe. Der Puppe. Bein trifft. Oh. 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 Ich bin in hier drin. Ich bin in hier drin. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Laser. Laser. You getting wrecked son? Ok. You wrecked son? Oh Gott. Easy. Ja. Viel Spaß mit den Spinnen. Oh. Danke. Was liegt da für ein Item? Der liegt. Bist du jetzt holen? Ich hab Angst. Homeward Bone. Oh. Macht's in. Hier liegt der Kopf noch. Was? Man kann den Kopf hauen? Oh. Okay. Great soul embraced. So. Oh. Warte. Jetzt müssen wir eigentlich. Brauchen wir Boss Weapon? Ne oder? Boss Weapon. Ah ne. Ich glaub wir können gar keine benutzen. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich in die Sümpfe oder? Oh. Ah. Die Spinnen. Die Spinnen und der Bibliotheker. Oder der Lord. Ich weiß es nicht. Och du süßes Mäuschen. Da ist noch mehr davon. Fucks eyck ich geh noch drauf. So. Hier war doch sicher was oder? War hier irgendwas? Ach stimmt. Der hat was getroffen. Er ist verloren. Bright zone key. Brunch. Oh nein. 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 Oh mal. Oh. Na ist ein feines Mäuschen. Oh. Das ist mir fast nichts gelaufen. Hm. Gehen wir in den Sumpf? Wir gehen in den Sumpf. Wir müssen die Seelen bei der Pyrotuse ausgeben. Ja. Ah stimmt, wir wollten ja die Skorpionthuse machen. Stimmt. Stimmt, stimmt. Ok, den Dark Ring müssen wir bei der Pyrotuse nicht kaufen, weil der Bibliothekar hat ja schon. Kaufen wir mal ein bisschen was von diesem Anti-Feuer Ding. Und gib mir all die Magie. Ja. Ok. Ja. Ich hab immer noch Seelen. Ich hoffe noch mehr Anti-Magie-Zeug. Was gibt's denn schönes hier? Ok, 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 ok. 2, das beide. Kannst du deine Waffe noch upgraden? Ah, ich bin normal. Wie hoch ist sie? Plus 10. What? Nice. Ok, damit müssen wir jetzt in der Lage sein den Skorpion zu hauen. Stopp doch mal. Leggst du oder ich? Hm. Willst du hum? Musst du. Ja, ich auch. Kommt grad drüben. Der Wunzicker. Hm. Hab grad noch getrunken, ich konnte nicht legen. Anblick ich. Der Pixel zwischen den Augenbrauen. Der muss dir immer deine Pixel zupfen, ey. Oh. Ich zupf dir gleich deine... Deine. Deine... Deine ... Ja. Ja. Deine Gehirn... Muschelhaare. Deine Gehirnmuschel. Na! Gehirnmuschel. Erwischt. Gehirn... Gehirnmuschelhaare. Wie das denn... Rrrr. Iiii. Muss nur das Mikro brüllen. ist das nicht diese nun gehört der ist echt hansom du kannst vorgehen ach stimmt ich darf kaputt machen jetzt weiß warum ich eben also ich würde sagen obwohl der gedanke ist genauso genauso falsch wie er mir gerade gekommen ist ich habe gerade gedacht hier in dem teil wird irgendwie am meisten gelacht von den dark souls teilen aber die ganzen npcs die lachen ja immer ich habe gar kein markieren was sie keinen gekauft sie keinen magi der fring die machte sich feuer und macht die hatte keinen magi der frink aber die hatte die items die hatte die items ich habe als ob sich gekauft profis bereit erwartet ich kann mir welche trocken ich kann keine trocken die körper wohl nicht trocken wäre einfach von super viele magic bombs gekauft kein ob sie überbringen ich weiß schon was du in mal gucken wir machen let's go jetzt kommt die situation ja ja voll immer ha 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 pack die ah ich sterbe die haut immer noch gut rein oh ja hat sich schon mal gelohnt das unkraut fight me stecker nicht getroffen nice gut dass sie dich so lieb hat oh oh hast du den dodge gesehen oh weg dir oh die macht schaden beim vergraben der satz an sich ist schon cool ähm und beim auftauchen auch ne ja also pokémon ist das anders da ich glaube die ist aus der nächsten generation oh fuck hier kommt hier kommt so shit gibt es ein magie pokémon oh what wusste nicht dass die nach hinten gehen können gar nicht dreh dich um oh 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 die rastet aus die rastet richtig aus oh oh ich hab das überlebt vielleicht kann man hier gut stackern wenn ihr das macht von vorne oh 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 nimm das Achtung 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 den ring von der ne ja ich weiß nicht mehr warum wer die magie ist auch die benutzen wir gleich gar nicht ich wusste schon mal aus muss das bann plus 2 hat mir schon so ein upgrading gefunden für die pyro flamme weiß ich nicht ich sehe auf anhie nicht weil ich probier mal was zu tun ja genau das ist da oben das ist nicht und das ist eine deck legte erlegt ich berichte ja irgendwas sieht anders aus pyro klappt jetzt muss es nur noch schaden machen wir können uns einfach später verbinden son son ist warte 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 doch ich habe verbrannt hier bestimmt oder lebst du musst legen ja jetzt weiß ich was hier los ist was denn ich wurde von jemand anderem beschworen ich habe den namen geguckt er freut sich bestimmt dass er einen soul level 1 dabei hat ja ich sag noch du siehst irgendwie anders aus oder sowas ja wie kann man denn das jetzt habe ich gelegt wieder aber warte ich muss effigy effekt null effing ich weiß nicht ob das was bringt aber ja das ist egal bei der spinne hast du mich auch beschworen mit effigy hatte ich da noch ja da ist es awaken my robot moment ok keine Ahnung wollte diese andere dude sich einfach durch den soul level 1 run carryen lassen ey so weit kommst du noch du schaffst es schon mach dich window wow ha 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 mach man vor allem mit beim butterfly 41 denn was ist der große feierort das macht keinen schaden macht nur halb so viel schaden wie die waffe an sich aber da habe ich gerade mit der waffe 44 schaden gemacht kommt echt drauf an wo du dich triffst ich dachte ich hätte vorher immer full damage gemacht ja ich mache keinen schaden ok weiß es nicht ok lass mich einmal draufhauen ich will gucken ok ok das noch mal was für eine reichweite das hat still glück oh gott macht hier noch magie doppelt magie sie hat mich nah ist es schlägt malu verstehst du das verstehst du dass wir nicht fest weil ich habe so geht es bergab so fängt es an der anfang vom weg oder was das heißt jetzt muss ich noch humanity fressen malu hast du noch noch 10 jetzt habe ich noch 9 ähm oh gott habe ich den richtigen geschworen guck mal nach pyroflame ah stimmt man kann die ersten 3 bei der kaufen ja ok vielleicht macht danach auch die magie mehr schaden ja 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 die malo guckt auf mexer zu die guckt aber eher auf dich als auf mich was für ein verarschen ok ich sieht sie auch den ganzen tag man ja nicht in meiner soul level 1 gestalt es klingt anders wenn man die auf den menschlichen teil das war fies das ging schnell das war so fies hat sie das hier eingeklemmt ja die hat diese seite irgendwie gehofft weil die auf dich getarget hat mich einfach weggeschoben ich muss gerade nach man schule und testen die flamme zu upgrade okay ach er will einfach die flamme updaten die flamme ist doch schon heiß genug ich weiß aber meine muskler sind zu groß ich weiß aber meine muskler sind zu groß er hat verdammt sein ich habe keine glitze ich habe keine glitze ich habe keine glitze ich habe keine glitze meine glitze ist Feuerglitze Feuerglitze? aber das würde mir auch helfen ich habe auch ah das ist nicht ernst nein das hier ist ein stift riecht man da dran? beh nein nicht angreifen attack hörte ihn äh ich lege da okay oh ich habe schon warm ich habe so kalte hände aber der bauch von der malu ist schön warm deine auch wenn du mal dran packst ja schon aber dann ist es ja für mich kalt ja das ist ja für die malu kalt juhu ich so weich ey wenn ich so haare hätte ist eigentlich schade dass menschen so nackt sind ne ja also eigentlich ist es gut wir hätten cat girls sein können allesamt ja okay ja wir hätten harte ohren haben können vor allem wenn man Fell hat ja gibt es weniger hässliche stellen weniger hässliche du siehst halt nur das Fell und das ding ist so so alle katzen sehen sich als sehr ähnlich irgendwie ne ja im Gesicht und so ich glaube es gäbe dann keine hässlichen menschen vielleicht vielleicht können wir auch hässliche katzen nicht sehen ja okay es gibt schon wirklich hässliche katzen aber die sind halt die sind halt nicht wirklich ach ich weiß nicht ähm hey ich muss mit meiner maus jetzt spielen hey 워 yo 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 jo yo yo damn ach is uns nicht nieieux jajaja realizing schon wieder hey der fire orb macht jetzt okay ein schaden sind wir gegen die bälle auf dich nicht auf mich leave britney alone ist sie auch töten wo ist wo ist die schlampe da da mal ja das okay ich glaube es macht tatsächlich einen unterschied wo man die trifft ich glaube der schwanz ist relativ und beeindruckt ja 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 Ah, nein, nein. Was meinst du? Ah, tu? Uh oh. Das frisst viel Ausdauer zu casten. Achtung! Oh! 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 Da ist die Teng! Oh f**k! Achtung Ja, ist ja Schiss Jetzt liegt es an dir Was? Lass dich nicht umbringen. Das war noch knapp. Weil ich greedy war. aber du hast so ich hab sie so wir müssen direkt noch mal von dem bonfire dann hier zurück in den wald ja und dann nach rechts und am rand halten da sind das sieht hinter dem boy das war es schon mal nicht hallo das ist mein finger malu das ist mein finger der ist nicht zum spiel ok gold pine resin das kann man sich mal entmasken oh das ist teuer lightning und gold pine resin egal dann könnt ihr sonst nichts genau flern gästchen so was ist das hier noch so hinter der ruine da in dem kreis ist der fire seed ich guck mal ob wir noch irgendwo waren wo fire seeds rumliegen harvest valley ist einer brightstone cove in der brightstone cove ist einer in einer kiste aber dafür braucht man den schlüssel sehen wer jetzt kriegt haben eben ja und der nächste wäre dann harvest valley hier erstmal richtung brightstone cove ich frage mich welche kiste in der halle davor in der halle wo sie diese ganz vielen spinnen runter kommen nach diesen spitzen feld da weiß welche wo die durchgelaufen sind jetzt immer ist der bonfire da wo die ganze spinnen runter ach da ja ich erinnere mich ok ob das die richtige tür ist ok das ist schon mal der richtige schlüssel ok das ist schon mal der richtige schlüssel komisch aber wir gehen damit ops great fireball ok ich knoch mich raus ist hier irgendwas die falle oder so fallern echt ja ne ich bin voller maß hast du keine fackel mehr doch aber können wir nie wieder weg wenn der fall unten in der tür steht also machen geht auch nicht ne dann musst du ihn umbringen aber nicht mit den ganzen fackeln äh mit den ganzen äh spinnen hier spinnen im raum in dem einen raum da wo die ganze spinnen sind ahhh da hilft nur noch eins geht gut ahhh ahhh ein z Great fireball is great. Nächstes wollen wir in den Sumpf? Ja, im Sumpf ist es... Nein, 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 nicht so gut. Ah, ich hab ihn. Got him. Da kamen auf einmal so zwei Spinnen von hinten, das war richtig eklig. Oh, fuck. Ich hab's überhaupt geschafft. Kackfordern ey. So. Wir müssen in den Sumpf, gell? Yes. Wer gar kein Sumpf ist. Aber wir waren eigentlich ziemlich gut schon heute Abend in der kurzen Zeit, wie lange wir jetzt schon als Spindel gescheitert sind. Wir haben heute schon drei Bosse gemacht. Stimmt. Und einer war noch NG plus. Mhm. Soll ich legen? Ich lege. Echt wurscht. Hast du den Poison Bite Ring gekauft gehabt? Ähm, mal gucken. Fuck nein, hab ich nicht. Oh boy. Ja, dann wird das hier witzig. Wo konnte man den nochmal kaufen? Weiß es nicht. Warte, wo hast du gelegt? Oh, in der Höhle da. Ah, ich war schon draußen. Ah, ich seh's. Auf dem Wiki steht gar nichts von Kaufen oder so. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Hängt dich schon mal gut an. Bist du schon giftig? Ja. Hattest du was zum Entgiften? Ich weiß es ganz gar nicht. Okay, behold the might of... Ähm, warte. Behold my might. Bam. Er ist eigentlich. Und der übertreibt natürlich total. Yo. Nee, nee, nee. Ich schaffe ihn zurück. Ja. Aber das sind wir ja gewohnt von dem. Ist das eigentlich Cthulhu? Ich hab' ein Skelett. Ich hab' ein Skelett. Ich hab' ein Schad. Geh weg Poison. Okay, eigentlich darf man auch die Pyro nicht einfach so mit dem Streitkolben vergleichen, weil der ist ja schon plus 10. Ist ja unfair. Hast du gelegt? Ah ja. Okay, wo hast du gelegt? In der Höhle. Okay. Is this? I know I make low face is lower. Yeah, low is low in the fallowly. The low in the low bob. Der bombende Bob-Li-Bow Low in the Download Low Download Low Ah Lebt der immer noch Kill Steel Hat hier unten überhaupt was gelohnt? Wir müssten dann einfach durchlaufen, oder? Ich glaube, wenn die Waffe auf plus 10 ist, war der Seed hier unten drunter? Sollen sie sich mit Ja, gucken Hier ist ein Branch auf jeden Fall gewesen Da müssen wir runter Let's go Oh, warte, diese Fette, die war ich noch nie Gehen die nicht auf? Was hat der Schönes? Ach, der verkauft den Scheiß, wie immer Ja Warte, war unten was? Ja Oh Mann Das Gift, das zieht echt Feuer Steel Nein, ist okay Hätten wir das Thema Fire Ich rüste mal gerade alles feuriger aus Uh, stimmt Gute Idee Erdscher, was sie sterben Dann schau mal vor und tank die Die Schläge für dich Oh, ich kann das nicht betätigen Das ist ein Ich rüste es Ich versuche die 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 der Löffel, der Löffler, der Löffler oder nicht klug Krissner Hey Was wird das denn? Hier war doch ein Bonfall, gell? Jawoll Let's go Und von denen kriegen wir eh keine einzigen Was? Ich hab einen Na egal Man muss sich nur beschweren Echt so Let's go Let's go Voll durch Das ist gut, das ist gut Pass auf den von hinten auf Der Vorderer ist tot Sind die irgendwie einfach zu Oh Gott, oh mein Gott War hinten hinten noch irgendwas? Hier kann ich mich auch noch hinlaufen Da gibt's nix Nix Wichtiges Hier gibt's die Sun Bros, aber ich glaub da muss man alleine hin oder? Ja Passt auf Das ist noch so ein fett Die sind einfach zu stagern Okay Das geht auch Easy Das ist ja schon bei Fat Bro Ja Hier sind die Typen im Oh War hier nicht noch Epic Loot irgendwo? Hätte sie, hätte sie, hinter sie Oh, 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 oh Helper's Ich muss mich heilen Oh Oh Oh, der macht gar nicht zur Flicherung Hier, take care Oh man, die Kosten für Life Gems, die werden echt stark steigen in dem Ding hier Die Warrior of Poison Soll ich auch bieten? Das ist safe Doch nicht Okay Gift ist jetzt nicht das schockierendste hier Da drin war ne Fackel Irgendwann nix Ne Fackel? Ja Hier kann man auch runterspringen, aber glaub Ah ne, ich kann mir hin Egal Hast du Pyro ausgerüstet? Nee, ich hab vergessen das zu updaten Alter Und ausgerüstet Ja Können wir gleich einfach rein Ah Let's go Fatty Ist das Fatty? Ist wohl besser als nix, wa? Äh, ich wusste gar nicht, dass er so ne Attacke hat Oh oh Fatty ist zu fett Mann, ich will die Kacke da oben treffen Treffst du nicht Oh So Du musst die armen Leute befreien Ja, aber ich krieg's nicht hin Was? Stand da auf dem Weg hier was dazu? Wenn man die runter schmeißt, dann greift er die an oder frisst sie und dann bist du abgelenkt Cool Cool Das ist echt ein Fatty Roll Attack Der ist so angsteinflößend Oh 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 Okay Der ist schon gefährlich Der ist schon gefährlich Aber in der Liebe ehrlich Was mich nicht one-hitted macht mich nur stärker Ich hab kein einziges mal mit dem Kolben drauf gehauen Nice War schon okay Das gab's ihn Jetzt kannst du Pyro holen gehen Ja, jetzt geh ich Pyro holen Den Bastion oder den kleinen Fireball Oder Gift Ich find den Bastion immer schön Na gut, gegen den kriegt wahrscheinlich Gift gar nichts Glaub ich Vielleicht bei anderen Bossen Ah, kann Bastion irgendwie doof mit dem daneben stehen, ne? Ja Nämlich dann kann man ja auch den Streitkolben verwenden Nämlich der macht momentan noch mehr Schaden Also sind's Fireballs Fürs Erste Gab's einen Boostring für Pyro? Oh, weiß ich grad gar nicht Nein Ob es gibt noch nicht Nein Ah, hab ich gefährlich Ah, ich kann von den nächsten Mal kommen Ich kann wieder in die Höhle, dann ja? Yes Tösa Mann mann in die Hülle gelegt ah warte 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 ich muss die Spell zetunen sonst kriegen wir die Maggi auch nix nimmst du auch Feuerbälle weißt du nicht ich muss erstmal einen Ring finden dann können wir yeeten wie heißt der Ring Ritual Southern ja was habe ich denn schönes Feuerball und noch größerer Feuerball und noch größerer Feuerball Feuerball hast du nicht auch zwei Feuerbälle also die ganz kleinen ja nice ok my buddy is ready here I come tust du deinen Kolben weg oder deine Suppenkerle die Suppenkerle aber macht eigentlich keinen Sinn normalerweise bei allen anderen Builds macht das Sinn aber hier echt mal nicht nämlich die Streitkolben kann man ja gar nicht mehr verwenden aber die Kelle bringt trotzdem Bonus du hast recht recht du hast let's go so jetzt yeeten wir erstmal den Fetty weg ich hätte nicht gedacht dass das durch den Boden durchgeht was ist das für eine schwarze Magie ja dann ja jetzt der letzte der geht nicht durch den Boden was was es ist schwarze Magie sie wirkt in verschlungenen Wegen ich habe noch neun Bomben ich sehe dich hast du dich nochmal hingesetzt ich muss erstmal legen ich kann mich auch mal Humen machen das wäre ne gute Idee ka-ching huumm wie bon wie wie ne was passiert diese hier ? 1 Springen durch den Matsch hier vorne Weil wenn du reinläufst, musst du abspringen Okay Voll eklig Äh, jetzt sterb ich hier Ja Ich komm So, fertig Ah, das wars nicht Diesmal werde ich nicht da dran ver- Oh, das war aber knäppelig, kann das sein? Easy Easy Was droppt der? Äh, langweilig Ah, hier ist ein Branch Good to know, good to know Kavlan, real Kavlan, deal Ich will nicht Häusen werden Fuck, war das knapp Kavlan, real Kavlan, deal Torch Kavlan, real Kavlan, deal Wo geht's denn hier zum Fress-Tempel? One hit Der ist jetzt so mächtig geworden Ja Hey, der ist einer auf der Leitung Und der springt einfach runter Wie so'n Madman Kavlan, real Kavlan, deal Deal So, holen wir uns, geht da so'n Dings Let's go Ach, der war one hit Oh, fuck Fuck, der ist weg Das ist so'n Freund, die du dir Hailstone Hailstone ist lieb Oh Boah Ob das sonst one hitten würde Das war das jedenfalls nicht Der ist unter uns Der kommt immer sehr unverhofft Der ist unter uns Oder? Du meinst, über uns Da ist er doch Siehst du den? Siehst du den nicht? Oh lord, warte, 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 warte Halt immer einen Bay Der will irgendwie nicht gebayt werden Yo, 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 yo Die hat nur darauf gewartet Oh, nice, nice, nice Das blocken bringt ja auch nichts Das war schlecht Ah, he is dead Also, das Gift ist schon mal scheiße Irgendwie schon Der stand jetzt voll lang da dritten Der wurde nicht vergiftet Wir hätten beide giften müssen Ah, I see Hast du Gift dabei? Ich rüste mal die normalen Feuerbälle Ab Und dafür das Gift Ich bin beim zweiten Bonfeier Ah, fuck Und slow Humanity Humanity Kaplan Wheel? Kaplan Miracles Nein Stop Du kannst Sully Die Miracles No need for wheel No need Hurra for rolling Hurray Try rolling Ich seh schon was die wollen Ich seh schon was die wollen Wie garstig die alle sind Ahh traumatic Oh god, der macht sie etch Ziel ist es, so verrückt Der Letzten! Der Letzten! Hol ihn hier! Schreib ihn in den Tiger! Ne, der ist zu gefährlich. Der springt immer da unten rein. Das mag ich nicht. Weiche. Ah! Die tropfen schön viele Shards. Das ist nett. Oh, ich dachte du backstabst den. Dachte ich auch. D1 hittet uns. Oder auch nicht. Hier war nur ne Fackel drin. Das ist unnötig, ne? Was ist hier? Ja. Hier kann man irgendwie... Achtung! No need for miracles. Ah, fuck! Jo. Hier in diese Spalte. Da kann man reinspringen. Ich weiß auch nicht was da ist. Also außer so ein Vieh. Also hier ist ein Loot. Okay. Hier ist ein Weg. Nein, ich kann nicht an dir vorbei. No need for miracles. Sag mal was da ist. Skeptik Spies. Ja. Genau. Keine Ahnung. Ja. So rein? Let's go. No need for miracles. Da gehst du? Du gehst mir, ich hab eigentlich... Hast du Gift? Ja, ich hab Gift, aber ich hab das glaube ich... Doch. 3, 2, 1... Und noch mal. Und nochmal. Das war doch wunderbar. Oh! Gift ist voll scheiße. Ja, aber ich glaube, der ist einer der wenigen Bosse, die gegen Gift ziemlich sicher immun sind. Ich meine, wo der hier ist. Das hätte ich jetzt eher bei der Schlangenlady gedacht später. Ja, das auch. Die machen nur 60 Schaden? Nein, nur 140. Okay, ich habe irgendwie Klick in der Optik. Der will mich lecken. Ja. Kann den auch lecken. Wurde keinen Zwang an. Oh! Oh, ich hätte beinahe gut gedodged. Bam! Das ist echt ne Mess, gegen den zu kämpfen. Achtung! Oh, roll! Oh Gott, der rastet richtig aus. Goodbye, Fatty. Oh, Fatty erhält. Ich wollte mich nicht verbeugen, ich wollte winken. Man. Hurra für ziemlich bisschen was. Oh, nur Futlerei. Irgendwo hier muss der Workhook sein. Ach stimmt, wir können zurück nach Majula die Flamme upgraden. Ja. 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 Dann rüsten wir ganz viele Feuerbälle aus und spammen und jäten und. Wird gut, das wird glorreich. Ich kaufe noch ein paar Dings. Ich weiß genau was du meinst. Ja. Miracles. Nein! So was kommt mir nicht ins Haus. Ah, Bomben brauche ich aus. Nicht genug davon. Thank you kindly. Aha! Ach stimmt, wir sind ja jetzt in dem Turm. Ja. Ja. Irgendwo. Ich legte. Er legte. Low, McGlowfaces in Lowball. Ja. Ich dachte schon, es wäre wieder irgendein random. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass wir nach dem ersten Gebiet noch von anderen Leuten schworen werden. Ich auch nicht. Absolut nicht. Let's go. Hat hier oben was dick geblieben? Ich hab den Dickwanz unter Kontrolle oder vielleicht auch nicht. Was war das? Ich hab ihn. Überlebt 3 Schläge. Ah ne, der ist tot, ok, alles klar. Der andere ist auch tot, ok. Oh, ich hab vergessen den kleinen Fireball auszupfen. Das ist sehr schade. Den holen wir, den schauen wir. Oh, der läuft zu schnell. Ich hab diese, diese Magiebomben irgendwie noch nie verwendet. Ich auch nicht, deswegen will ich sie benutzen. Ob die mehr Schaden machen. Die kommen erstmal die Boys runter. Hast du getroffen? Oh mein Gott. Ich wurde... Ich komm nicht. ...Kombo zerlegt. Ok, du bist eh fast beim neuen Bonfire. Fast schon. Musst nur überleben. Der hat 169 gewonnen. Klingt nicht nach so viel, aber ok. ok ist ok ah ich schloss das Gift ab ich bin ein Bruder wo war denn der Sponfire? f*** wird dir zerstört ne bei dem blauen Typen da hinter so einer versteckten Mauer ja ja nicht so gut wie tot du kannst dich doch heilen, lauf weg it's too late von tot? ja ich hab irgendwie vergiftet aber ich weiß nicht was cool ok hier ist überall Gift ja schon aber irgendwie ich mach mich human oder warte ich lege einfach ja genau das schlauer noch bis niemand mehr human ist ich habe gelegt das ist die Pitching Uhren hab grad nen roten Flag angefasst und hier in dem Raum sind drei Leute auf einmal gestorben ich frag mich was da passiert ist nani 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 ah ok ähm sicher dass du gelegt hast nani naja in dem Turm drin äh ja Pappertfeuer oh schick nochmal ok ja unser Waifu er schweißt schick sieh dich aber dein sein nicht hallo hallo nö hm hm ähm es kommt nix wieso kommt nix wieso bist du bist du human eigentlich schon ich seh dich sogar ja das macht das so komisch ich bin zwei Meter weiter gegangen und dann erscheint's was auch immer ähm Quäse aus Qua und Käse aus guten Quäse Waken let's gooo hast du schon was getötet? ne gell? das fett hierher ey ich wollte Backstab und wäre jetzt einfach weggelaufen der Rest gehört hier der Rest gehört hier aber was ist denn der Schalter hier? ach man ich kann nicht aktivieren dafür verschwende ich achso da kommt man nicht durch hol den ey pull oh wie lahm das hält der Topf geht hoch oh ok wohin haut der hat seine Maske getrotzt meins wer ist das? wer ist das? irgendein Dude nicht schon wieder ist das schon? climb climb up will er angreifen? der macht ja gar nichts der Beschützer des Ra der Beschützer des Ra Beschützer des Ra oh ok wer ist das? da ist echt noch ein Typ der Typsachen macht da au hey du dir was? haben wir den ganzen Weg zurück gerannt? warte 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 ich tue es ich tue es sollst du? ja wenn du es tun kannst redmessage nö Disappointment required a head oh ja oh ja oh ja fire required oh hier ist eine Falle da ist eine Falle weg hm die Maske eine Maske wo zur Hölle war der Hook? weißt du wo der Hook ist? weißt du wo der Hook ist? ja da kommt ein Auto gesprungen hier kommt der Boy da kommt noch ein Auto gesprungen da kommt noch ein Auto gesprungen ah ah der kommt leider hoch der kommt leider hoch die sieht so rein gefährlich hey komm wir gehen mal hier durch wir müssen den Hook finden hier hinten ist der Gegner der schießt hab keine Ausdauer hab keine Reichweite das ist eine Mine wer hätte gedacht dass sie Feuer def hat hm doch nicht doch nicht müssen wir hier rein komm wir gehen mal hier rein Aua Achtung hier ist ein Typ aber wir brauchen nicht das ging einfacher als erwartet wir brauchen wir brauchen Schiffschaden wir brauchen Schiffschaden Drogencrest das ist eine andere ja hier war glaube ich eine Falle drin so far so gut Faros Lockstone ach das hat die Hexe ach das hat die Hexe ja wir können aber auch hier nochmal eins zurück gehen da gibt's auch noch was zu tun oder willst du springen so darunter warte ich guck noch mal grad nach wo der Hook ist bevor wir uns dumm damit schlafen hier ist hier steht einer hier steht einer hier steht einer hier ist ein Boy Mimic in einem Raum mit Poisoned Rooms für ein für ein für ein für ein welcher welcher hm das ist nicht von dieser Seite wo ist die Mimic Mimic? ich erinnere mich an die Mimic ok wir gehen mal weiter hier jetzt bist du da gejumpt ne andere Richtung ehhh aha 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 Boxe oh Gott hier ist alles voll wir müssen die töten ich hab zwei getötet hinten ok easy tja man kann das hier hochfahren ja aber dann wird man auch zerquetscht wenn man nicht aufpasst ne ne hier ist etwas unbequem ich bin so nutzt sowas aaaah Achtung mein Gott ok wo geht das hier auf hinten ist auch noch ein Schalter ich glaub der war für das hochfahren ja aber da ist nichts von Wert wir müssen hier hoch na hier sind wir wieder ich erinnere mich wo die Mimic Schuhe ist oh boy wir haben bäulichen Besuch da bist du ah da bist du ja dann oh ich bin runter gefangen oh wo du lebst noch hm oh der übertreibt maßlos ja mag der nicht ah der stirbt ja der stirbt ja ganz freudig lock ihn gut gemacht ja loop down ich hab's kann nie se no ich erinnere mich hier oben gefahr ah fuck no way one hit hatte ich mich grad nicht noch geheilt was das war krass jetzt weg ich gell ne du legst ich leg eins vorher und zwar das erste im Tower ne ja ja genau krass du so ist krass ich glaub ich zieh mir mal den Magic Death rein oder hab ich den an ich hab den an ich kenne mich auch an naja ich krieg halt gar nicht awake siehst du's nö geh mal einen Raum weiter ok ok und dann zurück da ist es was für ein scheiß jo hier hier ja komm im moment let's let's die 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 in der oh Oh, Fettie. Oh, Fettie, warum kannst du nicht sterben? Oh, Fettie. Du hast mich gepräusend, du hast mich gepräusend, du hast den Topf kaputt geworfen, willst du mich umbringen? Hm, der will mich umbringen. Oh, ich glaube, ich bin mir selber oben. Die sind so gehastig. Warte, weißt du, wo der Mimic ist? Ja. Okay. Okay, ich halte die Stellung, du holst das Feuer. Währenddessen esse ich einen Keks. Mmmh. Oh Gott. Mmmh. Mmmh. Ja, Feuer, Feuer. Ah, gehst du. Ah, gehst du. Nice. Set Feuer. So. Hm. Ah. Ah. Oh. Nicht schon wieder. Ah. Ah. Ja, wir müssen nicht schon wieder so gestorben. Immerhin kannst du mich auch direkt wieder beschwören. Ja. Und ich bin nicht wieder so gestorben. Ich war okay. 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 Ich bin jetzt bei einem zweiten Bombefeier, gell? Mhm. Ich sehe das sogar. Nice. Okay. Aces. Lowe McLoaface ist ein Lobob? A Lobob lautet a lower? A Lobob! Da! Ah! Blackfiber Du kannst mich einfach nicht verstehen lassen Ich hab nicht gedacht, dass da noch so viel runter kommt Oh Gott Krise abgewendet Ah fuck, ich hab gar nicht vergessen Hier kommt der Boy, oh shit, what up? Woah, 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 woah Ich bin eh vergiftet mit mir, kannst du nix Hey Okay, jetzt kommt die fiese Waifu Okay, wir rennen einfach direkt zu dir hin, okay? Mhm Und jetzt geht's Oh boy, wurde es doch getroffen, ne? Ja War es ein Streichschuss? Ich glaube schon, sonst hätte ich das nicht überlebt Ich muss noch mal pressen Hier ist alles eklig Achso, wir müssen rechts Ah! Ah! Das ist ein Mimic nebenbei Oh, du hast es gewenkt Ich hab's gewenkt Oh! Oh! Das spuckt Wir müssen nicht vorhin Nee Oh! Ich hab' einen Huck Ich hab' einen Huck Weil es war keinem hier Ähm, was ist, äh, bei dem ... Oh, oh, don't do it, don't do it Du... 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 So. Mein, ich auch noch irgendwie... Geste, geste. There we find something. What do you want? Wollen wir es tun? Kannen wir einfach rein? Ja. Warte, ich wusste erst. Ah! Schneller! Ah! Oh Gott! Ah! Den Kopf hat mir geworfen oder so. Du musst nicht gleich den Kopf verlieren hier. Hm! Hey Leute, was soll die langen Gesichter? Okay, meine Magi-Bomben bringe ich aber nix. Töte es mit Feuer! Hm! Hm! Ah! 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 Ich hab mich grad immer heulen! Ahaha! Bäm! Im Löffel! Was ist jetzt eigentlich die Hook für ne Waffe? Das ist ein Ersatz für den Löffel. Bringt Decks. Ah! Okay. Okay, jetzt mach ich mich um. Na, ich komm erst mit einem Bannfeier zurück, oder? Ja. das hat mich ein fall getroffen legt mal außerhalb von feuer so gerade in den türgang so liegt auf der stufe ist ein türgang überhaupt ein wort das ein rahmen ein tor rahmen ein durchgang in durchgegeben wird bis kürzülle die uhr und das böse sich wenigstens mit meiner hand setzen wird die warme Ich seh nix zum beschwören. Ok, ich leg noch ein. Noch ein Stück weiter außen, please. Hab ich nen Effigy-Effekt? Nö. Jetzt ist es nicht mehr auf einer Treppenstufe, sondern es liegt weiter oben. Ich kann einfach rauslaufen. Ja. Ob ich so spielen kann. Ich hab jetzt nicht mitten im Raum, aber vor der Treppe gelegt. Pucknen will ich noch mal an? Ja, es gibt noch ein paar Reifen. Hehehe, ich weiß nicht. O, Dice. Aaaaaa. Obwohl nicht genug genug. Das ist echt so. Welcome Ich hab's das Nichts Die lassen einen nicht in Frieden, ne? Das war knapp Habe ich dir deine Leife gerettet? Habe ich gerade einen Pfeil gefangen? Du hast den Pfeil für mich gefangen Echt so? So, noch mehr Oh! Der ist so quick Ah, ich bin so dumm Du darfst vorlaufen, ne? Wenn du stirbst, ist es halb so schlimm Bestimmt Let's go Viel Glück Easy Nice Ich bin Ninja Ich bin Ninja Ah, ich lauf dann in den Poisonraum, mach Action Okay Das ist ne gute Idee, immer mit dem Bomb Ah, wir müssen die, die Dings treffen Ah, wir müssen die Dings treffen Ich bin eh gepoisoned, oh oh Jetzt treff ich die scheiß Kiste, ne? Bist du sicher, dass du die Kiste schon treffen willst? Na klar Sie wollen Giftbiester Let's gooo Okay, jetzt ist es scheiße Ich seh das nicht gut enden Hallo Kiste Hallo Kiste Ah, die ist vergiftet Die ist vergiftet Ich halte mich fern von ihm Oh fuck Oh ja Ja Hm, zirki Ich geh zmoop Gib auf boop Was war hier drin? Äh, Perifat something Ah Okay Ja, zmoop Gib auf zirki Ein Bonfire hinter so einer Wand zu verstecken ist ein richtiger Dick-Move Ja, das ist echt so Mach ich gar nicht, äh Lauf vor Noch langsamer könnte man kaum durch so eine Wand gehen Ohhhh Ich hab mal wieder keinen Chill Oh Das ist gut Oh Gap Bull Gap Bull So, ich hab meine stärksten Sauber schon raus So neben So eine Schlangenlady zu treffen ist gar nicht so einfach Oh, das hat anscheinend weh getan Oh wow Oh wow I got you Stirb Du hast das Gift noch nicht abgerüstet Ja Die hängt Guck, das Gift war zu viel für die Riii 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 Take that Ich glaub wir sind einfach sehr strong Ich wusste Ich wusste Oh Gott, ich muss weiter rennen Ja, warum? Ah, die Wache kommen Mhm Hey Macht eh eh Sinn bis zum nächsten Bonfire zu watschen Ja Ja Hey Was das Level Design angeht Ja Haben sich Leute besonders über zum Beispiel hier den Aufzug aufgeregt Der geht hoch und man kommt in einem Lavasee an Alles klar Ach so, ja Ist bisschen komisch Und der liegt noch nicht mal in nem Vulkan drinnen, na Ist a bit weird, but Ja Wir lieben es irgendwie Wir lieben es irgendwie Ich fühl so Ich komme zum Lippenbonfire Ja Du fühlst sneaky Silke smooth Ich stehe außerhalb von dem Räumchen Ja, das ist eine gute Idee Eli Ähm Der neue Animo da der kommt jetzt jeden Sonntag raus Hab ich Aaaa Sehr gut Ja Ist wäre gut Jetzt gut Immer gut Das war jetzt ne richtig gute Folge die erste ja ich frage mich auch echt verrückt dieser gott oder was auch immer ob der wollte dass der die dem seine meisterin trifft oder ob der wirklich das dämonen ding da treffen sollte ich wette das dämonen ding weil er auch das auge von er gekriegt hat aber du musst du musst vor also er hat das bekommen ja aber dazu muss ich aber auch sagen okay wusste gar nicht dass sie das kann ich auch nicht du musst sagen so ein random power up durch einen tipp den der von gott persönlich gekriegt hat das mag ich story technisch nicht so also ich finde protagonisten und alle charaktere insgesamt die sollten sich ihre ihren fortschritt erarbeiten müssen ja schon aber ich weiß nicht warum dieser gott da existiert überhaupt irgendwie ich finde das irgendwie komisch und ist das der gott oder ein gott oder welche interessen hat der was auch immer das ist komisch ja mal gucken wo das noch hingeht ja ich mach das alles nur damit dem damit es dem scheiße geht weil er dem sein körper übernehmen würde oder keine ahnung meinetwegen hätten wir das mit dem gott ganz raus lassen können ja deswegen und lollis muss auch muss es auch nicht unbedingt geben die art von charakter die ja also aber auch raus das ist nicht so der fan obwohl hier die könnte noch hätte lästiger sein können oh mein gott ich sterbe bevor ich reinkomme das wird lustig wenigstens ist der anlaufweg diesmal nicht ganz so lang gibt es schmuf der bruder gibt schmuf es gibt schmuf es gibt schmuf sieht man wie eklig die ganzen die assassinen da hängen ja na mag das gar nicht assassini assassini gib mir deine ravioli kommst du ich weiß gar nicht wie wie kann das sein ich weiß es nicht der eine hat nicht geschlagen direkt sondern der ist mir nur hinterher gelaufen irgendwie aber mit dem schweren mit dem schweren der hand so nach oben ja der wollte der wollte es der war richtig scharf ich habe nur 5 humanity oh shit auf einmal musst du noch humanity farmen oh ne weißt du wie das wie man das in dem teil hier macht ach stimmt ne weiss ich nicht man geht auf die brücke vor dem iron keep und macht da ein fight club pvp auf du musst natürlich auch mal gewinnen so jetzt aber oh ja oh ja oh ja oh die meint's ernst und nochmal der fire orb sieht schon voll läppig aus im vergleich wieder ja ja jetzt war es voll easy komisch aber ich muss ja weiterlaufen siegesstückchen hier gehts weiter oder ja wir sind schon im iron keep nach oben ist der tadeos nach oben haben wir irgendwas vergessen irgendwas verpasst wird die pyro hand schon auf ne ich geh jetzt weiter update war ich zwischendurch daheim und hab die geupdatet weiß es gar nicht guck mal nach weiß ich nicht jetzt fangen wir nach oben und wir sind in lava ja ah da muss man leider sagen wir haben nicht schon recht die kritik ist angebracht mhm das hätte man echt besser machen können frag mich wie so jeder jedes team war für ein eigenes eigenes gebiet verantwortlich und deswegen mussten die übergänge so scheiße sein scheinbar wir hätten das wenigstens vor einem vulkan oder so das ganze ding würdest du sagen ja ok du bist jetzt irgendwie da drin die ist jetzt bei mir plus 6 kann man nicht irgendwie unsere burn nö das ist guter zeitpunkt auszurufen ja alt f ja ja aber wir haben richtig geschafft ja ne ne ne